ein guter wie hier ist wieder euer dronnie und willkommen zu neuen bg commentary wir sind im tempel von katmogo für mich ein drecks ich hasse es einfach ja gut okay kann man nix machen also wir stellen futter ja wir sind zu neun die alles sind schon zehn zwei heiler wir haben kein richtig ach ich dachte wir haben einheit zwei heiler da okay gut also fehlt noch ein dd gut und tag den haben auch nicht aber eben schon ach sehr gut gut vom gier her fällt eigentlich nur der eine monk raus bei den alis noch mal drüber ist nicht sichtbar da fällt der eine hand heraus sollte eigentlich dann alles passen ordentlich ja doch hier sieht man gut zwei waffen darf man nicht vergessen aber trotzdem ist eine ausnahme irgendwer stört da gerade doch habe ich wieder hallo gut okay kugeln holen kennt man ja das ne fließbar haben wir auch so ging gleich links dann lang klatschen erst mal leute mal gucken mit den handern auch mit den handern das wird echt schwierig 3 mm war die loggs auch nicht ganz ohne ich glaube ja rechts lang okay Manta. Haarschlägen, mein Freund. Nicht hinterher. Wo der Rope platt. Den Symbol will ich eigentlich nicht verlieren. Bis dann. Na komm schon, komm schon, komm schon. Wieder. Prob ich mich mal direkt. Bis dann auf den anderen. Kick in, ich habe mich gegen. Stun in jetzt. Ist er down. Die Priest hier. Kann ich nicht kicken. Das Manta. Direkt drauf. Na, der lebt noch. Oh, da hat er dich gehabt. Was ist denn, woher da ist? Ist dann, woher da ist? Ah. Platsch mal, ne Borg, schnell. Mal lange klatsch. Einmal nicht mal. Du musst dich ja heilen lassen. aber die kugel mal die punkte haben das schnell gewinnen schnell durch hier aber wenn das so weitergeht ist das schnell vorbei so ist es nicht freedom dann das nämlich weiterhin da jetzt nicht mal nicht mal war hier wegen roh jetzt kann man da hinten rum wegs komm raus ich hau mal weg in der gastein mitte just pet ist dann mal immer erst mal slow das fand ich nichts dann weiß ich glaube ich auch so sterben ja muss da gar nicht rum machen mein freund warum zieht ihr jetzt jetzt muss ich es nicht verstehen nein ich habe ja vergessen ich habe so viel steaks jetzt kann ich wenigstens wieder scheit was machen so was hast du raus gehauen okay jetzt nicht so besonders gegen kugelträger da ist eine kugel die holen wir uns mal lieber mittel woher leutz so jetzt muss ich raus bringt ja nix charme leck mich am arsch kurz dann ich werde sterben ja jetzt habt ihr euch gerade in der mitte auseinandernehmen lassen mädels das funktioniert dann auch nicht weil gut sind die nicht aber wir haben doppelt an punkte aber das geht ganz schnell die müssen uns einfach mal eine minute vier kugeln der mitte halten und schon haben die einige oder drei sekunden haben die einiges aufgeholt so dann haben die kugeln okay du wirst gefälligst auf du wirst gesloat du wirst die wei direkt vor die nase funktioniert nicht sacrifice rollhunter rollstun rollstun wir gehen auf den hunter der körper ist dann ihn wo Paulina ich würde sagen er lebt doch noch aber er lebt mich mal das shadow naja holly cool genau guck mal mal die leute so wo ist hier was da ist nix mehr ja okay jetzt doch mal durch ach schade statt ich kann ja noch was soll das bringt ja gar nix super eben bleiben wir den hexer einfach das war an ihnen und schiss man es dann da ist darin und wir uns echt nach zu 500 jahr kam es sich nicht schwer nicht meinen guckt euch die werte an was haben die denn da war ja alles schön verteilt bei den alles kugel besessen gucken wir mal gerade es waren nur drei die haben echt nicht viel punkte geholt naja gut okay so ist es halt dann gut ich sage mir viel dank fürs zuschauen und bis zum nächsten video ist in diesem tschüss